Hallo! Wir zwei probieren zum ersten Mal etwas ganz Neues. Wir gehen gemeinsam auf die Reise und machen einen Urlaub in Kroatien. Einen Kurzurlaub, nur für drei Tage. Apal, wie fühlst du dich? Freust du dich? Auf was freust du dich am meisten? Auf Schwimmen, ja. Ich auch. Unsere erste Pause haben wir eingelogt. Und dann geht's weiter mit unserem Café. Croatia! Apal, was siehst du gerade vor dir? Daphne! Ja, geschafft! Wir sind da! So, drei, zwei, zwei! Wir haben geduscht. Nach dem langen Schwimmen bekommen wir langsam Hunger. Jetzt gehen wir reinkaufen und haben vorher was zubereiten können. Wasser macht uns. So, wir sagen, eine gute Nacht. War ein schöner Tipp. Und wir sind gespannt, wie das wird. Gute Nacht. Ja. 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 Vielen Dank. So Alpay, was haben wir heute noch vor? Wir gehen heute zur Estralandia Aquapark. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. So long. 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 Wow! Wow! We both know we can't go without it She told me you'll never be in love I can feel my face when I'm with you But I love it, oh I love it I can feel my face when I'm with you But I love it, oh I love it I can feel my face when I'm with you But I love it I can feel my face when I'm with you I can feel my face when I'm with you But I love it Ok Okay. Opa! Opa! Nach der Nachtdusche. Geht es dir jetzt besser, Opa? Ja. Jetzt gehen wir schlafen. Wie spät ist es jetzt? 9.30 Uhr. 9.30 Uhr. 10.30 Uhr. 10.30 Uhr. Papa, was ist heute unser Plan? Ähm, heutiger Plan ist, wir gehen auf verschiedene Strände. Auskundschaften wir Kroatien. Gut? Ja. Tschüss. Hatsch. Stimme an! Ja, jetzt muss es. Oh. Guck dir? Gut. Guck dir? Guck dir? Guck dir? Musik 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 Music Musik Musik Bis zum nächsten Mal.